Hallo liebe Freunde, Melek hier. Wir machen weiter bei Poppy Playtime Freunde. In der letzten Folge haben wir aufgehört und freut mich natürlich, dass du wie immer da draußen eingeschaltet hast. Ja Freunde, es geht weiter. Das wird ein Spaß. Ein sehr schöner Spaß, um ehrlich zu sein. Und falls du natürlich den Kanal da draußen nicht aktiviert, äh, abonniert hast, dann lass doch mal gerne ein Abo da. Ach shit, das wollte ich nicht machen. Ui, 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 das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler. Ich muss nämlich warten, bis die Tür sozusagen länger aufgeht sozusagen. Ich habe ja gesagt, ich werde mich so ein bisschen damit auseinandersetzen, wie ich hier, äh, ja, weiterkomme, sozusagen. Und ich hoffe natürlich, dass das Wirkung zeigt jetzt. So, Moment. Wir halten jetzt hier gedrückt, Leute. Ja, genau, das geht nicht. Alles klar, okay. Ich muss da wahrscheinlich, äh, etwas warten noch. Und dann, äh, passt das auch irgendwie. Ich muss nämlich schnell rüber. Ich muss quasi eine Runde machen und dann schnell rüber. Anders funktioniert es nämlich nicht. Ja, ich weiß es, Freunde. Ich weiß es. Ich habe auch sehr lange darüber gebraucht, um mir, um mir tatsächlich da so ein bisschen überhaupt ansatzweise Gedanken zu machen, ehrlich gesagt. Und ich dachte mir einfach, ey, das kann doch nicht so schwer sein, ganz ehrlich. Also, so schwer habe ich es mir ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Okay, ging wieder nicht. Alles klar. So, schnell hier rüber. Nein, ist wieder zu. Shit. Ich muss warten. Ich muss warten, Freunde. So, und einmal hier, zack, 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 zack. Jawohl. Endlich. Oh, es hat lange gedauert, ehrlich. Endlich, 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 endlich. Wow, das Licht ist an. Schnell durch, Leute. Ehrlich. Ich habe damit so viel Zeit verbracht, dass mich, dass mich das schon teilweise verfolgt hat, hier. Oh. Hier runtergefallen. Nee, komm. Ist wieder Jog. What the fuck? Ähm. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Die zählt, ne? Ich habe verkackt. Ben einfach. Ich habe übelst verkackt. Scheißegal, ehrlich. Die zählt übrigens. Die hat gerade gezählt. Ich glaube, ich muss hier hoch. What the fuck? Was muss ich hier machen? Hoch. Kommt die hier lang? Keine Ahnung. Ach, hier lang. Was für ein Mistviech. Ganz ehrlich. Dieses Mommy Longleg, ne? Ich hätte nie gedacht, dass sie mich so krass erschrecken würde. Wenn ich euch ehrlich. Nee, das ist übel. Ehrlich. Bin ich jetzt gelandet? Ach, hier. Mal durch. Ah. Dann hier runter. Und jetzt? Ja. Zack. Exit. Geh einfach. Renn um dein Leben. Stuff only. Renn einfach. Ist egal. Hier. Zack. 1, 2. 1, 2. Und jetzt? Rück. Nee, hier. Ach nee, wartet. 1, 2. Also 1, 2. Also 1, 2. 3. 3. 3. 3. aufgehen, aber ich weiß nicht, wie. Aha. Wir können hoch. Aber was willst du hier machen? Ja, das ist ja mega strange. Hä? Ach so. Das sind die Nummern. Also 1 ist rot. 2 ist blau. 3 ist grün. Okay. 1 ist rot. 2 ist blau. Alles klar. 1 ist rot. 2 ist blau. 3 ist grün. Und dann kommt das. Yeah. Gut gelöst, Mann. Ein bisschen noch Gehirn eingeschaltet so gerade. Irgendwie so. Krass, ehrlich. Jo, heu rein. Ciao. Ich geh einfach hoch. Ist jetzt hier was? Kommst du hoch? Ich weiß es nicht. Ich springe mal runter. Wenn es hier wieder passiert, habe ich keinen Bock mehr. Ehrlich. Was soll das? Sie ist scheißviehig. Ehrlich. Mommy Longleg. Ich hasse. Dieses Game ist einfach. Es regt mich echt auf. Es regt mich echt auf. Es ist einfach nervenaufräumt. Ehrlich. Nervt mich. Wieder alles über Strom und so. Was ist denn hier wieder? Muss ich irgendwas aktivieren? Jo, wahrscheinlich. Ja. Können wir runter hier. Oh. Verstehe. Ach, Mann. Ach hier. Okay. Zack. Dann war es mal. Dann ziehe ich den auch noch hier. Bringt das was? Ich stehe einfach mal hier oben. Ich hoffe, das bringt was. Aha. Dann gehe ich jetzt hier auch nochmal oben lang. Ich muss hier irgendwas drücken, oder? Ach so. Ich glaube, ich muss das hier zumachen. Irgendwas hier reinstecken. Ah, okay. Ich glaube, ich brauche so ein Zahnrad oder so. Hier. Hier. Ich brauche noch ein Zahnrad. Moment mal. Ey, das Ding geht hier auch kaputt bestimmt. Wetten? Ich brauche hier mal ein Zahnrad oder so. Wie es aussieht. Ach nein. Ich kann hier rein. Ich bin gerade irgendwie überrascht. Was muss ich denn hier machen? Vielleicht muss ich die Dinger hier reinholen? Warte mal. Ne, das glaube ich auch nicht, dass wir das machen müssen. Hä? Also guck mal, oben. Also wartet mal. Ich probiere es jetzt. Warum ist das so dunkel? Das nervt. Das nervt. Ja, jetzt brennt da was. Und jetzt? Hm. Also oben müssen wir auf jeden Fall was machen. Ich weiß aber nicht was, ehrlich gesagt. Ach hier. Notiz. Also. Entschuldigung. Das ist voll unlogisch. Das ist eins. Zwei. Zwei. Da oben müssen wir bestimmt was machen. Hier. Leute, hier ist irgendwas. Müssen wir auf jeden Fall was reinlegen, ey. Aber was? Ich finde hier nichts. Kann ich mal die... Und hier. Ah, ich hab's. Okay. Ich hab's. Ich hab's, Freunde. Und jetzt schnell hier nach oben. Und dann kann ich das da reinstecken. Ich hab's. Aber das bringt jetzt was. Und jetzt? Ähm. Es hat nichts getan, ne? Es hat sich gar nichts getan. Einfach. Ach du Schande. Echt. Was muss ich jetzt machen? Hier oben lang? Was hat sich jetzt bewegt? Nichts. Ach, wartet mal. Nein. Hier drüben. Hier hat sich irgendwas auf... Hier. Zack. Hab ich das genommen. Und jetzt? Kann ich hier, glaub ich, reinstecken, ne? Ja. Und jetzt nochmal. Komm. Dankeschön. Super. Ein Wunder ist geschehen. Schnell durch. Geht's einfach mal hier lang. Warte, ich mach zu. Was passiert? Ich musste das irgendwie so machen. Irgendwie musste ich jetzt gerade improvisieren. Diese Viecher sind solche... Boah, das ist Mommy Longlegger ist ein Absturz, ehrlich. Ich verstehe dieses Viech echt nicht. Bin ich echt... Ich sterbe, ne? Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh mein Gott. Meinst du ehrlich, das ist witzig, ey? Muss da wirklich schnell sein. Das ist so krass, ne? Wie kann man so eine bekloppte Mission machen? Ehrlich jetzt. Die haben die noch die Tassen... Haben die noch alle Tassen im Schrank oder so? Jetzt muss ich mich schnell beeilen. Ja, danke. Und tot. Was will ich denn hier machen? Rennen um dein Leben. Wow, echt. Rennen einfach. Ich will gar nicht nach hinten gucken. Ich hab keinen Bock, mal nach hinten zu gucken, ehrlich. Betten, Hagiwagi kommt gleich. Wir können so stolz sein, dass wir es so weit geschafft haben. Hau ab. Mach auf. Mach auf. Hey, das ist... Ich schwester, ich krieg schon Gänsehaut, ne? Ohne Witz. Ich weiß, ob ihr es seht. Ich krieg schon Gänsehaut. Was soll ich denn da machen? Ist ja auch Quatsch. Jetzt hab ich jetzt nicht verstanden, was ich da machen muss, um ehrlich zu sein. Oh, Backe, oh Backe, oh Backe, oh Backe, oh Backe, oh Backe. Ich, ich werd mir jetzt erstmal alles angucken. Ich werd's alles angucken. Komm ich hier durch? Boah, krass. What the heck? You make me part of you. You can't do this to me. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, die Leiche wird ruft. Was? Was zur Hölle wird mit der Leiche gemacht? Oh mein Gott. Ich geh jetzt einfach mal lang. Ich hab keine Ahnung. Ich geh jetzt einfach mal diesen Weg entlang. Ich weiß nicht, was ich mache hier. Die Türen sind abgeschlossen. Ich bin noch einen Weg nach oben. Mommy Long Lake ist einfach so krass krank gestorben, ehrlich. Ey, ich will jetzt mal mit dem Zug weg. Jetzt mal allen Ernstes. Ich hab schon lange genug darauf gewartet. Das nervt mich langsam, ehrlich. Und fast seit 20 Minuten versuchen wir hier weiterzukommen, ehrlich. Allen Ernstes. Geht doch nicht klar hier. Hier, zack. So, drück alles. Drück alles, was das Zeug hält. Hier. Was ist denn hier alles? Ach. Quatsch mit Soße. Brauchen wir nicht. Ähm. Muss hier wohl was drücken, oder? Was? Oh, wir sind abhauen. Alles klar. Dann los. Geh runter. Die Tür ist auf. Hast du sie getötet, war die Frage gerade. Ja, hab ich. Sehr gut sogar. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, dankeschön. Nichts wie weg, Freunde. Ich hab hier genug meine Zeit verplempert. Hier. Tür, geh auf. Los geht's. So, der Train-Code war... So. Und los geht's. Ähm. Tür zu. Das ist doch der Train-Code. Ich bin jemand, der eine Ausbildung gemacht hat. Ich bin jemand, der Abitur gemacht hat. Was ist das für eine Logik? Ohne Scheiß. Das ist das für eine Logik. Das kriegt bei mir so... Ey, das ist wirklich... Ich kritisiere das übertrieben. Das ist so kompliziert. Ich finde das total kompliziert. Sag ich euch ehrlich. Ich check das nicht. Sag ich euch ehrlich. Heftig. Naja. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Haut rein. Ich hab nämlich keine Lust mehr gerade. Ciao, ciao. Abo und Like nicht vergessen. Natürlich. Oh mein Gott. Ey, was ist das? Ich bin jemand, der. Ich bin jemand, der sie nicht so tollen. Ich bin jemand, der sie nicht. Ich bin jemand. Bis zum nächsten Mal.